Letztens habe ich auf einer bekannten Social Media Seite, was dazu veröffentlicht, warum sich manche Leute ohne die entsprechende Ahnung von gewissen Dingen zu haben in genau die Dinge, von denen sie keine Ahnung haben, einmischen. Als Beispiel kam dann von mir Masssucht, ein Vertreter der Christenheit oder einer Kirche, viel besser einer Kirche, bei einer Kommission zum Thema Atomausstieg. Die Reaktion darauf war von einem der Leute, die das gelesen haben, man kann es nicht aufhören einmal mit dem blöden Christen bashing. Dazu muss ich sagen, Freunde, wen denn sonst, also, ich, ja, wen soll ich sonst bashen? Ein Islam? Ich bin Deutscher, ich bin Bayer, ja, Oberbayer. Wer bietet sich da besser an, als, ja, die Christen? So, jetzt muss ich ein wenig was verschieben, damit ich so mein Text vor mir habe, damit ich da was lesen kann. Gut. Ich war selber Zwangsmitglied in einer dieser Religionsgemeinschaften, in einer dieser Kirchen, und, äh, ich lebe halt einfach mal in einem Staat, der sich trotz der Säkularisation, ähm, andersrum, ich lebe in einem Staat, der säkulär ist, säkularisiert, ja, Trennung von Glaube und, ähm, ja, dem Weltlichen. Trotzdem, ja, mischen sich, und zwar vornehmlich die Christen, ständig in Dinge ein, die eigentlich gar nicht in einer Domäne sind. Beispiel, was macht der Kirchenvertreter in einer Ausstiegskommission für einen Atomstrom? WTF? Kannst mir einer erklären? Ich kann's nicht. Gut, dann, äh, die anderen Kirchen deren das natürlich auch, nur nicht ganz so penetrant. Ähm, dass bei uns das Christentum das Vorherrschende, äh, ist, sieht man, glaube ich, da ganz gut dran, dass jetzt, ähm, sich zum Beispiel an unserer Regierungsspitze Parteien befinden, ja, die ein C im Namen haben, ja, das, äh, C hat jetzt nichts damit zum tun, ähm, das jetzt, was weiß ich, mit Chlor oder was, was am Hut haben, ja, also, das sind keine Bademeister nicht, sondern, ja, das heißt christlich, christlich-soziale Union, christlich-demokratische Union, ähm, ja, gut, ich habe eigentlich zu anderen Dingen auch schon was gesagt, also, zu anderen Religionsgemeinschaften, ähm, letztes Mal zum Beispiel jetzt ja diese, äh, Koranverteilungsgeschichte der Salafisten, ja, Lies, ähm, mein erster Gedanke dazu war, Denglisch, Lies, Lügen, ähm, äh, ich fand das ganz witzig, bin dann, ja, nach dem Lesen draufgekommen, oh, äh, ja, ähm, die meinen ja wirklich lesen, also, blöd gelaufen, also für mich, oder für die anderen, ne, ähm, dann habe ich mich auch schon dazu geäußert, äh, was jetzt zum Beispiel der Günter Grass geschrieben hat, äh, also, zum Thema, die Art und Weise, wie, also, die israelische Regierung, ja, mit ihren Nachbarn umgeht, ähm, ich habe jetzt dann absichtlich nicht gesagt, die Juden, ja, weil als Deutscher, oh, da hast du immer ein Problem, als Deutscher, du sagst, die Juden, da kommt jemand und sagt, der hat gesagt, die Juden, der ist sicherlich einer von dir sagt, die Juden, ne, bin ich überhaupt nicht, ja, also, ich möchte jetzt ein kleines Mal von Haus aus, äh, absolut mich dagegen verwehren, mit so recht am Heber, äh, Gedanken, gut, habe ich überhaupt nichts am Hut, gut, ich habe natürlich auch schon mir so Gedanken gemacht dazu, äh, sollten Parteien, die irgendwie, ja, das ganze, äh, religiöse mit in einer Politik festschreiben, nicht eigentlich generell verboten sei, ähm, aus dem ganz einfachen Grund, manche vertreten halt einfach Ansichten, die waren vor 2000 Jahren up to date und, äh, vor 1999 Jahren eigentlich hätten sie schon update gebraucht, ähm, äh, ihr regt euch über alles mögliche auf, ja, also, zum Beispiel jetzt, dass die Moslems, äh, ständig irgendwelche Leute, ähm, missionieren wollen, ist ja einer kurz rechts, der noch die Christen auch, und zwar ziemlich penetrant, weltweit, ja, also warum sollen das die anderen nicht auch dürfen, ja, nur weil die am anderen imaginären Freund, äh, huldigen, heißt das noch lange nicht, dass die nicht dieselben Rechte haben, ähm, und dann müssen wir dazu sagen, hallo, das Christentum kommt auch nicht aus Hintertupfing, oder aus dem Ruhrpott, ja, das Christentum basiert auf dem Judentum, und das kommt, ähm, aus dem Mittleren Osten, da wo auch der islamische Glauben herkommt, also, ja, warum sind wir dann alle Christen? Ja, weil wir missioniert worden sind, ja, man hat uns indoktriniert, ähm, missioniert, zwangsmissioniert, äh, würde ich jetzt an Odin glauben, ja, dann würden sie alle sagen, ui, schau, das ist ein rechtarm Heber, ja, ähm, der hat ein Perücken auf, in Wirklichkeit hat er geistige Glatzen, ähm, auch wieder so eine Sache, ne, Vorurteile, oder, ähm, glaube ich jetzt an die indischen Philosophien, sagen sie, ja, ja, das ist so ein Hare Krishna Anhänger, ja, so, Rama-Brot, äh, Fresser, äh, esoterischer Spinner, pfff, mal wie die Kelten, also, glaube ich, sagen wir mal an den druiden Naturreligionsglauben, äh, also, muss jetzt eigentlich, ja, Götter, so, eine Art von, ähm, Erklärungsversuch sein für Vorgänge in der Natur, heißt es wieder, ähm, pfff, ja, was ist das eigentlich, haben die wenigstens Ahnung, ne, ähm, da wo ich herkomme, jetzt, gerade so, Bayern und so, äh, hat halt doch äh, relativ geografische Nähe zu den Kelten, ja, und ich bin mir sicher, die sind da durch grobt, ja, auf dem Weg nach England, und jetzt haben sie sich halt gehalten, ne, also Hallstatt, also, wenn es, wenn es interessiert, der soll ja mal, äh, im Internet ein wenig recherchieren, Kelten, Hallstatt Kultur ist die älteste keltische Kultur, die hat sich dann verbreitet in die Schweiz rein und rauf bis nach, ähm, ja, äh, England, Irland, Schottland, ja, da hat sie sich gehalten, bei uns ist das Ganze, weil wir ja sozusagen ein Durchgangsland sind, ja, jeder ist irgendwie mal durchgeritten, damals, äh, bei uns, äh, vermischt hat, und irgendwann sind halt dann auch die Missionare gekommen und haben halt dann ein Werk getan, äh, gut, das war's jetzt zum Thema Christenbashing, wie gesagt, wen sonst, ja, die anderen bieten sich einfach nicht an und sind nicht ganz so penitent, und, äh, ja, das war mein erster, ja, vertonter Beitrag, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch viel Spaß, pfiat's euch.